ARD Text im Auftrag von Funk Hallo zusammen, da sind wir immer wieder mal an irgendein TTT, eh, die UNO. Mit dabei ist der Spanky. Hoi. Der Anulu. Salut. Der Saramu. Hallo. Der Tekau. Hoi hoi. Der Amstie. Hoi moin. Und der Soma-Kind. Ihr. Ihr, gut, brav mal. Ja. Das ist okay, der Saramu ist auch wieder vergessen. Nein, das hat Saramu gesagt. Dieses Mal hat er es gesagt, ja. Das ist dieses Mal, letztes Mal gar nicht gemacht. Hey, ich habe ihn vergessen. Ah ja, stimmt, du hast ja gemacht. Salut. Ich habe jetzt gerade lustig rausgekommen, der Saramu auf dieser Tür hat ausgesagt, als würde er Moonwalker machen. He he he. Durch, 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 Amstie. Amstie hat mir hier oben geschossen. Der Kettge wird ja kein Spray an die Wand gemacht. Was ist los? Also los, Jakob mit der Amstie. Cool. Wow, wow, wow. Anulu, Anulu, Anulu. Was ist los? Was ist los? Du hast mir in die Rücken geschossen. Anulu, schiesst du auf mich her. Du hast mir in die Rücken geschossen. Anulu, bleib mal vom Schlag mit ihm. Ja, die Rücken schiesst mir gerade nicht. Holy shit. Oh, ich habe ihn. Er ist tot. Ja. Eben, proofed in dem Fall. Dekau, abfahren. Gibt den Riesenmunt, sonst brennt er die Gerstchen. Das ist nicht der Manu. Ach du, ich muss weg, sonst lassen wir meine Gerstchen. Cool bleiben. Ich habe ihn dran umgelassen. Ja, der Amstie hat ihn dran umgelassen. Schau, da liegen sie ja beide gerade. Okay. Achtung, hinter dir. Amstie war der Traitor. Ich habe gesagt, das Erste brennt, wenn er einen nicht kommt. Ich bin proofed. Du darfst, Didi. Ja, ja, du schon. Diesmal kannst du mich nicht verschiessen. Okay, okay, okay. Warte kurz. Dampusche Scheisse. Weg, fort. Ja, los. Schmeiss ihn über die Zone. Oh! Oh! Ha! Ha! Boah! Ey! Wieso fliegt der Wichser nicht? Hä? Wurf du. Ich kann das nicht. Also. Und. Bapp! Okay, warte. In der besseren Idee. Pück dich! Ja, du snigst da oben. Spanky. Was? Broli! Ja! Okay, Pück dich schnell, Pück dich. Sehr, sehr, sehr. Ich snig immer, weil ich will Schritt gehören und mach keinen. Aufstehen! Ja, kommt doch. Ich kann nicht aufstehen. Nice. Ja, was? Dir. Du gehst einfach in so einem Zeug um. Ich glaube, du bist im Zählverschock gewesen. Nein, nein. Ich bin da noch ein bisschen am anderes Zeug machen. Ich muss da wieder eine Einstellung gehen. Ja, ja. Ja, ja. Ich weiss das eigentlich. Teko, du hast jetzt 3 Sekunden. Sonst brennt dein Herzchen. Eins. Zwei. Doma, Kim. Bei dir hast du genau das gleiche. Drei. Was? Zwei. Uh, dein Herzchen brennt jetzt. Eins. Äh. Ich habe nicht gewusst. Ich verentschuldige. Ab. Aber du schneidest. Hier. Daher. Auf einen oder einen. Warte, ich habe nichts gewusst. Tschüss. Hey. Da brennt das Herzchen. Du bist fies. Ich halte dich. Ich bin fies. Das sind die Regeln. Die sind nicht herfrieren. Ich gehe dich jetzt beim Kadigo melden. Jetzt hast du den Salat. Du musst auch keine Leibwache oder? Und dann steht sie noch. Los. Deine Leibwache bin ich gar nicht. Mal kurz, kannst du das so brauchen? Hey, hast du gehört? Du bist in der Aire. Ab. Hey, Spanky. Somakin. Wie sag das? Du kommst nicht näher auf den Platz. Wieso ist das Private Zone oder was? Ja, das ist Private Zone. Du hast Kills gegangen. Ich denke ich. Was machst du da? Ich sitze hier. Ich sitze hier. Aber hast du gewusst? Ich kann im Fall... Ab deine Zellen. Ich kann Pistole Ungewehr aufnehmen. Das ist total geil. Du kannst ab deine Zellen. Oh. 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 Da schiesst es. Ah. Der Somakin. Ich habe ihn. Hallo. Nice. Hey, ich habe dich nicht bekommen. Das ist so schwul, dass du die Zone begrenzt bist. Das geht doch nicht. Doch. Hast du gesehen? Sie ist gegangen. Ja, aber das ist wirklich behindert. Der Text läuft auch falsch. Ich bin irgendwie behindert. Muss ich auf mein Leben schauen? Das Banky hat es einfach unter meinen Füssen weggeschossen. Kannst du es auch noch aufreißen? Nein. Eigentlich wollte ich ja beide jungen. Ah. Solltest du meine Lifeguard sein? Was ist das? Was ist jetzt das gewesen? Das ist das heute. Ja. Und das ist immer... Die S-Bahn in der Zellen. So. Da kannst du ja... Ab in deine Zellen an, Ulu. Ui. Oh. Ausgangsperring. Ich nicht. Das ist Stefan. Stefan, bist du überhaupt im Militär gewesen? Nein. Wieso? Ich bin ja nicht im Militär. Ich muss ja nur... Ich bin ja... Ich bin ja, äh... Und der Polizist? Ich hab mal den genau schon. Genau. Stefan, der Polizist. Wo bist du Polizist? Ja. Am sti. Krok! Ine drit. Stefan! Ich schalte den Türkman. Achtung! Achtung! Das ist dein Militär gewesen. Du hast noch einen Gefallen von mir zu gut, Stefan. Was? Geh mal! Oh! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Wir gehen jetzt zusammen ins Käuhrchen mit ihm zu. Du musst nicht angestehen. Ich geh fächern mit dir zusammen ins Käuhrchen, Mann. Komm! Komm! Kannst du abhause! Du sprängst die Särschlitte so gerade. Wir können auch zusammen in den ersten Lastwagen gehen. Es passiert gar nicht. Ich hab dort noch Süssigkeiten versteckt. Hey! Du hast vorher schon geschossen. Das zählt nicht. Ja gar nicht geschossen vorher. Doch! Du hast sicher geschossen. Nein. Ja, auf mich hast du geschossen. Papa, wieso rennst du mir immer nach? Ja, die Frage. Wieso, dass du eigentlich die ganze Zeit... Ja, das tut mir einladen. Wieso? Ich will mit dir rumlaufen. Geh weg. Wieso, dass du nie etwas hast du gleich getan? Wieso wirst du schon lange nach hinten rumlaufen? Ich bin die ganze Zeit abzuschrecken, ob du es wirklich machst. Und jetzt bin ich mir sicher. Und jetzt überleg mir, ob ich dich rumlaufen. Du liegst die Toten. Die ganze Zeit mit einer schraubgefleunten Meter hinter deinem Kopf gestanden. Das ist mir egal. Und das war nicht der Meter. Ich war sehr nah bei dir. Hast du jetzt tatsächlich von... Ah! Ah, Nullu! Das sind doch der Meter! Titi, wieso hast du doch den Amstie gefunden? Der Sittes B-A-D-I! Wie ich kurz musste die Nase putzen. Ich schiess es nachher. Warum willst du die Nase putzen? Hast du einer gefunden? Was? Ja, die Nase putzen? Dann bin ich weiter gelaufen. Ich kann sie sogar zeigen. Kommt mit! Hey! Das klingt sehr suspekt. Ah, Nullu! Du bist sehr verdächtig. Hämt! Hämt! Ich kann ihn auch vorbeibringen, wenn ihr wollt. Ich traue euch nicht! Ah, Nullu! Ich traue euch nicht! Wo? Genau! Ich bin gar nicht gelaufen. Oder was? Ich komme aus dem Bank hinein zu schiessen. Bei mir war es gerade unten. Wenn ich einen Magnetostick fülle, dann habe ich einen Arm in der Hand. Hä? Was? Hast du einen Magnetostick gesagt? Nein! Das ist sicher ein Beweis dafür, dass er der Mörder ist. Nicht? Ich probiere es auch. Ja, schiess ihn ab! Ja! Ja, so ein scheiss Arm dann! Ja, jetzt geht's! Ah, so geil! Schau, du musst nicht durch! Schmook! Und wo? Eich komm! So, wir können ein bisschen eich kommen. Nullu hat nichts in den Händen. Du musst keine Panik haben. Wow! Das mag ich nicht. Was gibt es jetzt essen? Wann geht es? Okay, ein Händler mag auch ohne. Da, 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 da... Ah, da, 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 da! Ja, super! Ich weiss, wir haben nicht gespielt. Ja, super! Es geht weiter. Achtung, ich will... Nein! Lass mich durch, bitte! Lass mich durch, bitte! Lass mich durch! Tee, Tee! Kein Stress, Anullu. Man hat das im Griff. Aha! Schiessen alle, ja! Anullu, nicht auf meine Zeilen! Auf die Türen! Sicher nicht, du zählst auf die Türe zu sein, auf die Kappe. Wieso? Weil du Traitor bist. Das finde ich eine Frechheit. Du oder Spank ist Traitor? Spank ist Traitor. Woah, siehst du? Die ist es. Kleiner Sound. Hast du es gewusst? Trolli, du bist eine Haltige Ratte. Nicht schlecht, Trolli, ja. Nicht schlecht. Aber ich musste fast kurz an meinen Erzählen eingesperrt. Warte, da lieg ich raus, du hattest tot vor mir. Ich habe keinen Plan, was da passiert ist. Wie lange hast du mir da gesichert? Solange ich mein Device in der Hand habe. Ja? Ich habe noch geschlagen, ich wusste, dass er es ist. Es ist etwas blöd, etwas verändert, dass man den Namen noch sieht. Ja, das musst du auch noch separat ausmachen. Aber das habe ich nicht gehabt. Aber ich habe nicht so f*** die Hand. Ich habe immer noch... Also Magnetosdick, ich habe eine Hand. Oh, Leute. Du hast einfach die gestohlen. Ehe nicht. Ich habe so behinderte Hand raus. Kennt ihr... Wie heisst? Ähm... Scary Movie. Ja. So. Die feine starke Hand. So sieht es aus. Ja, ja. Das ist voll geil. Waaah. Grusik. Sind alle da? Stefan, du mal Trader. Nein, 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 nein. Wer ist da draus mit der Waffe? Ich sehe die Waffe der Tür. Hä? Das bin ich so wahrscheinlich. Anu, Star Beta. Nein. Anu. Waaah. Wir könnten es zivilisiert regeln. Waaah. Somakin ist. Somakin ist. Somakin ist. Somakin ist. Nein, verdammt nicht. Ich habe 10 Meter nach oben geschossen. Nein, du hast genau auf mich gezielt. Du hast es gesehen. Genau. Guck mal. Darf ich jetzt raus? Nein. Somakin ist. Bring mal hier das Loch runter. Wieso ist der Somakin? Ich habe 10 Meter nach oben geschossen. Okay. Verdammt nicht. Ich habe 10 Meter nach oben geschossen. Ja. Ja. Schau mal. Er hat noch 100 AP. Ich bleibe echt durch die Scheisse drauf. Es sind genug Leute um mich herum, die das sehen. Hallo. Du hast die Unterkajüte. Die oberen ist mir. Nein, ich habe nicht. Nein. Ich würde ja schon. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Ich denke. Einzelzähler. Wir lagts wieder hin. Einzelzähler gibt es da nicht. Das ist Luxus. Das ist Luxus. Ich denke. Das ist Luxus. Ich habe nichts mehr hängen. Didi. Didi ist. Didi ist. Thank you. Sarawood. Nein. Ich habe den Didi. Ich habe den Didi. Er ist dreadful. He? 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 Der Leine. Das Leben nach unten legt. Das Leben nach unten legt. His lebt das Tate kamen. mhmhm. He? He? He he he. He he he. He he he. Ich glaube beide sind sie gewesen, beide haben schl.* Uuiuiui. Was ist das? Ha? Ein Zombie! Oh my god! Überlebensregel Nummer 1, wenn ein Zombie auf dich zukommt, dann schiessest du ab. Du bist toll. Du bist toll. Du hast die Ablenkung geleistet. Du hast nicht gerettet, Topf. Du bist das so wahr? Ich habe gemerkt, dass ich dir das Ding angefangen habe. Welche zwei Idioten sind auf das WC drauf geschaut und haben sie gestapelt. Das war total ruhig. Ja, das war ich. Ich wollte auch noch blockieren. Ich habe mir beschrieben und gedacht, es sind zwei Kaffee schneller. Nein, geh raus und schiessen. Ich habe mir eingestellt. Wenn ich die Tasten drücke, dann kommt sofort meine Waffe. Aber das tut bei mir nicht mehr. Jetzt muss ich mit dem Mausrock suchen, wie die scheisse Waffe ist. Ja. Und dann so auswählen. Dann habe ich mir gesagt, anders Panik habe. Ich mache das seit Anfang an. Hallo, Spanke. Ich finde so, dass du zum Beispiel drei drückst. Dann hast du drei vorne. Jetzt eins drückst du drei vorne. Ja, das ist schon so. Ein bisschen Zombie-Helfer. Das ist eigentlich quasi ein Mausrock. Ja. Achtung, hinter der Tür ist der Trolli. Der schiess dich. Du bist doch der, der in die Rücke rein schiessen. Ich bin der Detektiv. Schön. Oh, Detektiv. Der Trolli ist wieder da. Danke. Okay. Oh. Er hat mit der Abgesege, war das Problem im Folg. Die Abgesege hat er verdammt hier oben. Und er hält sie leicht schräg. Er muss anders aufziehen. Oh, oh. Achtung! Achtung! Wä! Anolo! Anolo, was hast du jetzt so gerade? Nein! Ich bin fertig, so muss das gehen. Jetzt hätte ich dich schon fast auf den Abschiessen, Anolo. Mii Mii. Ah, bitte, nicht pfeifen. Ja, sorry, geil. Oh, wer schiesst? Ich habe da den Schacht freigeschossen. Ja, das sage ich auch immer. Mach dir den Bank wie du heisst. Ich bin Detektiv, ich bin Detektiv, ich darf sowas sagen. Was hast du da mit euch? Was hast du da gemacht? Ich, ich kann nicht. Ich kann nicht. Das Bank hier schiesst. Wey! Wieso? Kommst du? Kommst du? Ich bin da. Trolli zahra mui. Trolli zahra mui. Kommst du da in deine Zau. Los, da, hopp. Nein. Komm rein. Hey Leute, Mann. Kommst du nicht. Kommst du da in deine Zau. Hey. So, Maki. Boah, ich komme nicht raus. Hilfe! Hallo Anolo. Ich bin fremdlich geneigtet. Ich mache den nicht. Sagst du rüber tot? Ui, das ist ein Schläge. Was machst du Anolo? Ich will hin und her schiebe. Hallo, sind alle im Leben? Kurze durchzählen. Saramu. Nein. TKU. Jo. Didi. Ja. Benki? Ja. Ja, ja, ja. Wunderbar. Anolo lebt auch noch, habe ich vorhin noch gesehen. Nicht mal, vielleicht. Anolo schiebt ein Somakin an. Hey, das Leben auch nicht. Das Leben auch nicht. Somakin ist ein Detective. Somakin ist ein Detective. Somakin wartet einfach. Benki, ich finde gut auf mich. Ja, nimm mal Golden Gun für und schiessen ab. Ja, ich fühle mich wohl beim Detective. Golden Gun. Golden Gun. Golden Gun. Was ist los? Was ist los? Nicht auf mich. Nicht auf mich. Auf ihn. Ich bin ihr. Das macht dich aber sehr verdächtig. Ja gut, schiess mich ab. Komm. Saramu, ich schaue bei dir. Schaue bei mir. Gehst du Bescheid? Ja. Wir haben uns da gut eingetält. Hast du Schraubflinde in den Fingern? Ja. Schiess mal direkt auf mich. Machst du überhaupt etwas zu mir? Ja. 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 Gut, so viel wird es ja nicht abziehen. Jetzt schiessen wir gegenseitig ab. 87 habe ich ihn getreten. Ach, kommt einer. Benki kommt da. Vielleicht sollte ich hier nichts sagen. Die würde man gar nicht sehen. Vielleicht hätte er mich jetzt einfach abknallt. Ich habe schon lange gewusst. Ich habe schon lange gewusst. Nein, ich habe ja vorhin schon da gesehen. Nein, das hättest du schon lange vergessen. Doch nicht. Er hat ja noch herumgefreut, dass die Tür auf die Tür geht, Mann. Also von dem her. Oh, Achtung. Der hat irgendwas in der Hand. Boah. Spanky. Spanky hat mich. Warte. Warte. Was? Was ist das mit dir jetzt? Ich weiss es nicht. Der sagt dir das dann. Ich kann auch nicht einfach mal über den Haufen. Los. Darf ich komm ins Zeug gehabt? Ich glaube, der hat mir versucht, den Zombiebau anzuschliessen. Aber dann hat das nicht funktioniert. Wir gründen mehr. Also das bei mir... Oh. Ah, schau da. Ein Yank hat. Warum st комментatives, ich Kobe gjorde es nicht? Mew, 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 Mew. Mew, Mew, Mew. Kann man nachher... ACH DO! Oh! Woa. Pooooow! Wow... Was für ein Hаничimmann. Total exklaudiert ist. Nice. Luck, du bist wirklich exkludiert. komplMark an der Hand ist gleich weg. Krasch. ACH. Er hat's gut gelegt gehabt, als du das Spankchen verfolgt hast. Das ist nicht lustig umgegangen. Bei mir nicht, nein. Wir durften es nicht gelaufen, nachher gemütlich nachgelaufen, und dann schiessst du ihn an und dann schiessst du mal an, dann bist du zuerst noch nachgelaufen. Und ich dachte, sonst schiessst du nicht einfach. Und dann hast du wieder die komische Hand vorne. Ich habe... Ich habe sehr lange den Ding in die Waffe gesucht, um die Tote einzubrennen. Und darum ist deine Leiche weg gewesen, hat sie sich eigentlich gerade auf dich ausgewirkt, beim Sterben. Ich weiss nicht, kann schon sein. Kann auch nicht. Aber eigentlich hast du sie ja behindert, weil du nachher einfach einen Brandfleck am Boden hast. Gut, das könnte natürlich auch ein Knight sein, der explodiert, oder? Nicht wahr. Könnte da sein, ja. Ja. Weisst man nicht. Hä? Geben wir alles. Holy shit! Holy shit! Schreibe ich nicht dazu. Durch 5 Mikrofons geführt. Welcher war das? Ich war es. Kann man dir irgendwie helfen? Es ist alles in Ordnung. Herzbarang. Als erstes habe ich 8 lives verloren, aber das schlimmste ist, dass ich eine Herzkrise erlebt habe. Ich bin jetzt einverstanden. Hehehehe. Der Amsti ist da bei mir. Es gibt einen Knall. Es gibt einen anderen Knall. Ich spiegge den ganzen Raum durch. Er ist da. Amsti. Ich gehe vorbei. Ich gehe vorbei. Wer? Hallo. Hallo. Geh mit in die Zau. Hier. Ab. Geh selber rein. Oben wird geschossen. Ja. Ja. Da hat er gerade einen Hedigen gegeben. Sonst würde ich meine Fahnen entweihen. Hehehehe. Ciao, Mo. Das ist der Rotti. Er hat jetzt gerade abgenommen. Hehehehe. Uiuiui. Was ist da für das Gewehr? Uiuiui. Ja. Sonst ist der einfach mal aus dem Zeug gekommen. Hehehehe. Hehehehe. Holy shit. Wenn ich ziele, dann hält man sie so schräg. Oh. Ich glaube, irgendwann ist mit deinem Blick kaputt. Geh doch da weg. Du hast die Kurve gepackt irgendwie. Oh, da kommen die Leute. Da kommen die Leute raus. Das ist übrigens die letzte Runde. Was machst du da? Geh weg. Geh weg. Ich schwöre schiessen. Ich schwöre. Es traut mir nie. Ich habe einfach nie zwei Meter neben jemandem stehen. Oh nein, dass sie gerade abknallt werden. Das geht mir über Sachen, sage ich dir. Das ist ja so, ja. He? Uh. Weisst du, aber der Dede ist auch geil. Hehehehe. 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 Jetzt wirst du dich ab. Hehehehe. Also wenn du jetzt gleich stirbst, darfst du dich nicht verwungern. Hehehehe. Hehehehe. Ich habe nichts gemacht. Hehehehe. Das sage ich auch immer. Hehehehe. Er hat mich infiziert! Ich lieb! Wer? Haben wir nicht mal abgemacht. Das sagen wir nicht. Ich habe keine Ratten. Nein, dass man sich infiziert hat. Sonst kann man ja gar nicht infizieren. So, ich war da noch innocent. Ja, nein. Aber ich meine... Dort ist es. Ich weiss es. Hehehehe. 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 Du hast in die Luft geschossen. Das ist wirklich lustig. Der verdammt komisch aus war. So ein pinkiger Schwein. Jaja. Da hat jemand dann ein Baby geschossen. Hehehehe. Hehehehe. Ok. Aber das ist nicht der Tick. Der Amstie war nicht. Der war nämlich hier vor meiner Flinte. Ja, da liegt auf jeden Fall am Boden. Sanulo. Wer ist das? Hehehehe. SomakinDS. Da ist auch an acquiringis. Jure binix. Rögt nicht. Nawrs... Werte ich holding mal dran, dann ist liegt ein Stand. Hehehe. Dann gibt es wieder ein loop Battley. Jaber klackt. Halt ab, ich habe eine Angst bekommen. Aber was? Was ich nicht sagen durfte? Ich bin innocent. Ja, aber ist schon klar. Also ich weiss nicht. Wir haben mal gesagt, dass wenn man infiziert wird, dass man das nicht sagt. Du kannst ihn zwar abknallen, weil wenn du sagst, der hat mich infiziert, das geht noch so lange, dann ist er einfach tot. Dann ist der Auslös der Ball. Der Turm aber ist eigentlich klar. Wer kennt die Regeln alles? Ich. Ich auch. Ah ja, ein schöner, gell? Tschüss zusammen. Tschüss zusammen, merci vielmals.